Ach Chemiemüll! Hilfe! Moment! Chemiemüll? Was haben wir als Unterziel? Giftmüll. Jetzt hatte die Frage ob die mit Chemiemüll auch zufrieden sind. Wo ist die nächste Tonne? Da ist noch Chemiemüll. Lohnt sich da überhaupt der Aufwand gerade für? Wahrscheinlich nicht so, ne? Oh, 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 oh! So, fragt er langt. Aber wenn wir den schon haben, bzw. warum sollten wir ihn nicht holen. Ah, da kann man doch ganz schön Tempo schon drauf haben. Ja, ganz schön Tempo ist vielleicht übertrieben. Aber ich muss da nicht so rankriechen, wie ich dachte. Ach so, da hat er schon gesagt, äh, Vorsicht, du bist zu schnell, da kann der Greifer nicht mehr reagieren. Na komm! Danke! Macht nichts! Hoffentlich haben wir den Müll mitgenommen. Hm. Alles wird gut. Genau, das ist die Station. Jetzt hatten wir vorhin noch irgendwo einen Kontakt, oder? Oh, das ist total doof. Oh, das ist total doof. Oh, das ist total doof. Hm. Ich weiß, wir überziehen grad schon wieder ein bisschen. Aber ist ja alles okay. So, auf zur Volta-Station dann doch wieder. Oh, Entschuldigung, ich bin zu schnell. Na, hoffentlich krieg ich jetzt das noch abgebremst. Komm, langsam mal, langsam mal, langsam mal, langsam mal, langsam mal. Drück, 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 drück. Runter, 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 runter. Ne, ich bin viel zu schnell. Kacke. Aber da war nochmal eine unidentifizierbare Signalquelle. Verdammte Neugier, warum treibst du mich den ganzen Tag? Sind das auch noch eine zweite? Ich hoffe mal, da ist jetzt endlich so ein dämlicher Händler drin. Nimm. Stopp, langsamer, 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 langsamer. Langsamer, langsamer. Viel zu schnell. Egal, ich komm wieder. Wann kommt denn jetzt diese heroische Musik? So, bereit für wieder Eintritt? Hm. Ich sehe alles. Hast du was Nettes dabei? Was soll man dazu sagen? Da sind auf jeden Fall keine Händler. Sondern es sind gesuchte... ...Piraten. Soll ich es wagen oder nicht? Also ich lasse mich ja auch in Ruhe. Bis jetzt, ne? Was habe ich zu verlieren, außer den Tod? Das war der Angriff gegen den Falschen. Du bist gesucht. Mehr Energie auf die Waffen. Oh, ich werde von hinten beschossen. Genau, ramme mich doch. Du olle Gurke. Bereite dich auf deinen Untergang vor, du Nah. Bereite dich auf deinen Untergang vor. Bei meinen Schilder halten Stand im Gegensatz zu deine. Tau mit der wegen dem Schaden, die ich dem zugefügt habe. Oder Tau mit der einfach so? Oh. Oh, oh. Mein Schild sieht schlechter aus. An dir vorbei. Scheiße. Ah, da hat er mein Schild durchbrochen. Vorsicht. Mach einmal Schub. Dann drehen wir uns schon mal. Schilder laden schon mal auf. Ich überlasse einen Überrest in den unendlichen Weiten, glaube ich, kaum. Wir werden von hinten weiter noch beschossen. Ich glaube, der kommt genau auf mich zu. So, mal eben schnell wenden. Dein Ende kommt. Sehe ich nicht so, Bob. Ich bin so, Bob. Du Sauhund, warum fällst du nicht auseinander? So, Kopfgeldbescheinigung erhalten. Oh, 10.000 Kopfgeld war der wert. Dann holen wir uns mal direkt den nächsten. Vielleicht werde ich doch noch Kopfgeldjäger. Den kriegst du. Na komm. Bisschen Speed rausnehmen. Du denkst also, du kannst von meinem Antrieb abhauen? Das wollen wir ja mal sehen. Okay. Da dampft das Ding schon ein bisschen. Ich mach auch nochmal. Ne komm, ich kann nicht grad gar nicht. Hallo, es war auch ein paar mal der gleiche Treffer. An gleiche Stelle. Komm, mehr Energie auf die Waffen. Nein, nein. Stirb. Stirb. Kassier. 34% Hülle hat der nur noch. Kriegt der da hinten Unterstützung von einem? Kann ja nicht sein, dass der schneller dreht als ich. 31% Hülle. 26%. Breiter Angriff vor. Vom Füllereinsicherheitsdienst. Mit euch wollt ihr aber eigentlich nicht kämpfen. Vergiss es. Du darfst doch noch 3% leben. 2, 1, 0, oder? Feierabend. 4000. Experte, sauber. Ha, 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 ha. Aua. Kommen die Anhängungen rein. Kommen wir weg von dem? Nein. Nein. Boah, die Hitze macht mich gleich fällig. Komm. Komm, raus hier. Komm, verschwinde. Ich habe gerade für eure dämliche Föderation Kopfgelder einkassiert, du Gurke. Und du greifst ihn einfach an. So, auf zur Station. Wie wir es schon mehrfach machen wollten. Oh, ich bin viel zu schnell. Brems ab, brems ab, brems ab, brems ab. Ich glaube, meine Kopfgelder kriege ich in der Station dann nicht. Ach, nö. Komm schon. Ich habe mich nicht wieder reingewaschen dadurch, dass ich die Bösen getötet habe. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr, mit den Händlern töten. Komm. Mal eben die Systeme ausgleichen. Ah ne, können wir gar nicht gerade, weil wir noch im Supercruise sind. Da ist es mich egal. Oh, meine Hand, ey. Schmerzen durch sinnlose Schlacht. So, dann sind wir gleich da. Wieder Eintritt. Hallo Station. Docking-Request denied. Docking-Request denied. Oh, nee. Jetzt auch nicht, die haben hier wieder so wenig Platz zum Landen. Docking-Request. Tja, Leute. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Elite, damit wir nicht noch mehr, äh, hm, es noch länger hier ziehen, obwohl, jetzt gucken wir mal ganz kurz, es muss doch noch eine weitere Station geben im System. Stopp, stopp, stopp. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Sonst rammen wir den gleich. Zeigen wir mal die Systemkarte. Na, die Wohler-Station von der Föderation gibt's noch. Ich bin neutral, aber gesucht. Docking-Request granted. Danke. Wo müssen wir hin? Lande Platz zwei. Ach, da hab ich's echt gerade so noch geschafft, nicht, äh, gegen das Ding zu rammen. Ist es aber kompliziert, den Landeplatz zu finden. Da unten ist zwei. Stop, 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 stop. Landing gear not deployed. Landing gear deployed. Ich bin gerade ein bisschen, äh, verwundert. Moment. Ah. Oh, Entschuldigung. Andere Richtung. Andere Richtung. Sonst können wir ja nicht landen. Danke. So, Dienste. Willkommen auf der Wolter-Station. Ja, reparieren wir uns erstmal. Auftanken. Auftragstafel. Hm, ich hab doch Fracht. Hm, ich hab doch Fracht. Ach so, ha, ha, ha. Ja. Meine Kopfgelder bezahlen, dass ich nicht gesucht werde. Okay. Bei denen sehe ich das nicht ein, das zu bezahlen. Lustig ist, dass ich den Chemie-Wür nicht verkaufen kann. Vielleicht weiter fliegen, vielleicht ist er gelockt für die Mission. Ich weiß es nicht. Tja. Aber jetzt machen wir Ende. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder ist, let's play. Elite. Dangerous. Bis dahin. Ciao. Euer Doc. Ich habe ein K-T-H-S-S-T-G-M-H-S-T-G-M-H-S-T-G-M-H-S-T-G-M-H-S-T-G-M-H-S-T-G-M-H-S-T-G-M-H-S-T-G-M-H-S-T-G-M-H-S-T-G-M-H-S-T-G-M-H-S-T-G-M-H-S-T-G-M-H-S-T-G-M-H-S-T-G-M-H-S-T-G-M-H-S-T-G-M-H-S-T-G-M-H-S-T-G-M-H-S-T-G-M-H-S-T-G-M-H-